wow die scheiße alter war wieder mega die gar nichts passiert und damit herzlich willkommen zum zweiten part von blackhawk down der mission von arma 3 wo wir gespielt haben ja so falls ihr den ersten part natürlich gesehen habt schaut ihn am besten noch an bevor ihr diesen part anschaut aber da erklär ich noch ganz kurz was dazu und ja es wäre schade wenn ihr mitten in der mission noch fängt das gibt ja gar keinen sinn habt ihr gar keine information dazu deswegen am besten falls ihr den ersten part zu gucken und dann den zweiten part natürlich und ja dann erstmal viel spaß mit dem video dann position an dem wohl auf der karte markiert wurde achtung befindet einheiten kommen balkon hoch so schaut so aus was jetzt noch vergessen haben zu sagen herr wolf 1 ist die markierung dafür aber das konnten sie jetzt nicht wissen 1 für ein feind und patrouillierende p am besten also die gibt anzahl und dann p dahinter einfach schreiben feinkontakte nördlich in der straße auf der hauptstraße die markieren auf der hauptstraße guck mal hier auf 351 hinter diesem tank riesen öl links davon es war jetzt gerade weg eine person das ist gerade weg aber da im hinteren bereich haben es gerade jetzt um getrunken drei oder vier feine habe ich gesehen ok habe ich habe ich gesehen nicht bekommen da waren jetzt gerade überhaupt schloss auf dem turm der moschee aber habe ich schon markiert alles klar passt ja aber der feinkontakte auf dem genau 14 grad ja ein ambulanzfahrzeug dort bei der schule die patrouillieren hin und her ja komplett nach westost gut ich gehe mal zu unserem team ja mach das jetzt markiert ich hoffe es ist super fändlich kalt zu mir ja passt alles klar habe ich gerade habe ich auch gesehen fragen ob feindlich oder freundlich ist tatsächlich markiert mal mit f der position eingenommen gleich gut bescheid geben falls es eingenommen so verstanden machen wir rinnen nach nord bravo für alpha kommen ja bravo hört kommen hier alpha rücken sie weiter nach west dann versuchen wir in die stadt rein zu gehen sobald sie in der nähe der ersten gebäude sind rücken wir nach nord damit wir den gemeinsamen push machen damit die sich nicht aufteilen können kommen ich bravo zu verstanden wir werden weiter Richtung westen vorrücken kommen hier alpha Ende gut äh die wuster können nicht mitbekommen haben wir werden gleich weiter Richtung westen ähm sagen wir mal so in den nordwesten vorrücken Richtung stadt ähm dass wir äh unserer route nachgehen dass ihr bescheid wisst check verstanden die bravo 3 äh geht von ihrem gebäude runter und bewegt sich langs Richtung bravo 2 bravo 1 hier bravo 3 haben gebäude gesichert hier bravo 1 also verstanden bravo 2 hat gebäude gesichert sehr schön gut wir sammeln uns bei alle bei bravo 2 hinter dir äh gut wir sind bei euch Achtung 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 guck mal kurz mit Bayotten noch zu werfen ist was leer bravo 2 seid ihr grad aufm dach wir sind außerhalb check ich bin aufm dach äh kannst du was Richtung westen sehen bin grad dabei zu gucken Achtung r cùng mauer Do s r m f ro com verliebt auf m wird joint sind wir vollständig gut wir bewegen uns in richtung süden raus aus dem gebäude und gehen an der straße wird sehr gefährlich sein also höchste vorsicht von uns in kolonne richtung westen weiter bereich auf beiden seiten der straße nicht nur auf der linken hier brauer bewegt sich zweiter richtung westen ende stop feinkontakt richtung 300 0 grad richtung 527 meter sind das ungefähr der stadt das ist einer patrouillieren der andere war es einfach stationär aber leider keine gruppenschutz dabei weitere feinkontakte im hinteren teil der stadt wegen sich weiter auch auf einen grad wahrscheinlich zu 400 meter entfernung in dem gebäude einer trupp riesen tower check kontakt von hier aus auf eine einzelne stationäre person auf der kreuzung auch von mir aus ungefähr fünf grad ok vermerken mal geschoss auf uns hinlegen das müssten erste stadt sein müssten scharfe zu sein einzeln schuss bewegt euch im hinteren bereich des hügels auch vielleicht dass wir im richtigen stein gebäuden weiter vorkommen rücken können im schatten des bergs dass wir weg von der stadt sind ich brauche gleich mal eine pause machen wir gleich in den gebäuden vorne haben wir durch team 2 bitte mal auf 334 grad und das linke gebäude als ganz link ist und team 2 bitte mal das gebäude auf 32 sichern und besetzen team 1 geht genau richtung norden weiter auf 4 grad hier sind übrigens drei gebäude ja team 3 hier auf das rechte richtig korrekt guckt mal ob ihr da reingehen könnt und gute sicht habt wenn nicht dann werden wir euch ein anderes gebäude suchen check wir müssen strafen aufpassen auf IADs schüsse nicht von uns aus der stadt irgendwo weit weg muss kurz ne pause machen ja ok dann gehen wir mal vorsichtig ins gebäude rein gut aber mit einem etwas tempo dass wir hier nicht zu stark ich bin bereit gut ich springe vor um die ecke herum schütze auf mich aus der stadt irgendwo wir werden das egal wir springen jetzt vor das ist ein gebäude ich springe zu dem vor ähm war vor 3 hat die gebäude gesessen wir haben gute sicht auf die stadt gut falls der fein oder knappe bitte unter feuer nehmen ich gehe vor ja hinter uns wieder zu gut wir gehen auch hoch ja willst du mal rücken? oh ne ok brauche ich mich nicht ja ich bin trotzdem hinter dir ich sehe dich ab gut es geht glaube noch ein starkwerk hoch äh das geht noch ein starkwerk hoch schlüsse auf uns schießt ihr gerade? check negativ gut versucht die ausfällig zu machen und ähm heizen wir ein bisschen am ein äh hier jäger habe an der kreuzung wo der eine ähm stationär steht ähm ein panzerraketen übersehen ok ok 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 10 7 8 8 10 9 Negativ, keine Kontakte. Oh, die Scheiße. Alter, weil wir... Bravo, hier Alpha, komm. Hier, Bravo, hört, komm. Hier Alpha, Statusbericht, bitte. Hier, Bravo, bei uns ist alles soweit gut. Wir wurden dann unter Beschiss genommen von einem AT-Schütze. Aber soweit alles ganz gut. Hier Alpha, entstanden. Wir rücken weiter ein. Wir werden jetzt über Süd in die Stadt einrücken. Alpha, Ende. Das war echt nah. Ich hab erst gedacht, das wäre auf uns gewesen. Das ist direkt vor uns explodiert, wenn nicht so in mir so halt. User, join your channel. Dann habt ihr ja Glück, dass ihr nichts abbekommen habt. Ja, an der Baustelle hinten, Richtung... Wow! Scharfschütze. Check, mit. Weitere Kontakte, Richtung Osten. Wir haben äh, 73 Grad. Das sind weitere zwei Kontakte, drei Kontakte. Team 3, schaut mal. Ich mach... ich bestiess... Die an den Bäumen sind das... das sind Feinde, Uwe. Ja, das sind Feinde, das sind Feinde. Einer verpisst sich nach hinten wieder in die Stadt. Wir sitzen hinter... hinter einem Compound. So mit. Check. Ja, es sind... einer bewegt sich weg und der andere ist... Hinter... hinter dem Compound sind noch welche. Bewegen sich gerade auf uns zu... Ungefähr auf... von meiner Position... 67 Grad. Ja, ist ohnmächtig, eine. Davon. Check. Check. FG schießt. Weiter Kontakt auf... 69 Grad. Hinter dem Gebäude. So mit. Was ist... Was ist... Was ist auf uns? Ja, ich gebe Deckung. Check auf Munition. Ja. Das kommt aber auf. Wir sind hier Richtung Nord-Osten. Ja, haben wieder Kontakte Richtung Norden. Irgendwo passbar auf. Jooh, die Gebäude, Alter! Wir wurden gebrochen. Ich hab nicht mehr so weit gepackt, dann alles ist zu diesem neuen System Ja, mit dem Da ist noch ein Ziel drauf Ja, Alter, ich hab nur gut da mal rausgekommen, dann haben die Radziele geflogen Ich hab ein 4 Jäger ab Fahrzeug nördlich gesehen Check, welche Position Ja, ja, ich kann noch laufen Das geht eigentlich, das schaut ganz gut aus bis jetzt Ja, meins ist auch, das kann ich auf ihm Willkommen zu euch, Ole Wir sind beide verletzt, bin ich mir offen Notenabweich Ich hab den Kontakt nordöstlich, 200 Meter aufs Balkon vom Gebäude Willst du mich decken? Was sind die, oder? Was sind die, oder? Du versuchst dich so schnell wie möglich auszuschalten Wo seid ihr denn? Die Medics Seid ihr an den Gebäuden? Bin an dem ganz Rechten Gut, gut Alter Schwede Feinkontakt nordöstlich Innenstadt, 400 Meter Alpha hier, Bravo, kommen Hier, Alpha hört sie kommen Hier, Bravo, achten sie drauf Bei uns wurden gerade mit AT-Beschuss Ähm, wie gesagt, die schießen mit Raketen einfach auf uns Die haben unsere Beute zerstört Wir konnten aber noch lebend rauskommen Ähm, wie gesagt, höchste Vorsicht Die schießen mit Panzerbewaffen auf unsere Kommen Ja, wir kommen mal rein Gib Unterdrückungsfond Ja, ich übernehme so lange mal die Deckung Und danach musst du dich auch mal angucken Ja, nordöstlich, ja 500 Meter Ich bin beschossen Wow Kriegt richtig Beschuss rein Kontakt ist nicht 50 Meter bis 100 Meter Entfernung Check Ja ist das Jo Jo Eine Person läuft zurück, wieder auf der Straße Jo, Mac Miller, guck mich mal an Yes Alter, Junge, ich dachte ich, dass das nochmal passiert Ich kriege, ihr nehmt mal eine Tür auf und kommt eine Rakete geflogen Oh, Alter, mein Puls Ich hab nur 14, 14 Magazine Guck mal, dass du gezielt durchschießt vielleicht oder was Ist nicht so einfach mit 250 Kilo Team, drei wir shots bei euch aus Es kommt sehr viel aus Norden Check, ich brauche Stützung von Alpha Ja Okay, bist du wieder einsatzbereit? Dankeschön Wem, hast du noch? Äh, ich hab nur noch vier glaub ich Okay Ja Team 3, wie schaut's bei euch aus? Ähm, braucht ihr Unterstützung oder geht's bei euch? Oder könnt ihr einige rausnehmen auch? Aus geht's Gut, sowas melden, falls ihr Unterstützung braucht Ja Ich hab die ganze Zeit Ladeherm Ah, dich bewegen gehalten Kontakt nahbereit ausgeschaltet Ja, nahbereit auf Nordosten Direkt bei uns, 48 Grad Ausgeschaltet Ja, ausgeschaltet Nächster Kontakt nahbereit ausgeschaltet Sehr schön, sehr schön, so macht ihr Gute Arbeit Lass ihn einfach zu uns kommen Wir haben eine gute Position hier eigentlich Ja, alles gut Danke Keine weiteren Kontakte Ich schieße auch nicht so viel Weitere Kontakte Nordosten Ähm, Osten Osten Ja genau, auf 67 Grad Hast du Hilfe? Nein, äh, ich zoome Ich geh mal hoch Wir müssen gleich mal auf YouTube checken Du hast schon vorhin ein bisschen wenig gehabt Ich guck mal Ich bin auf dem Dach, also Achtung Dein Arm ist immer noch offen Ich mach immer noch einmal Wir haben sie im Nahbereich Wir haben sie im Nahbereich Die pushen uns auf 48 Grad Haben wir Kontakt Check, wir müssen auf unserem Background achten Nicht, dass die uns umlaufen Ich hab Nordwest Jetzt mach kein Sinn Hier, Bravo 3, bräuchten von unserer Position aus Unterstützung Hier kommt zu viele Jo, gut 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 Äh, Team 1 kommt zur Unterstützung Achtung, wir lassen uns mal raus Ja, ich muss auf, du bist richtig Ja, ja, wir gehen hinten raus Go, 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 spring Äh, in Richtung Stadt Haben sich hinter den nächsten Mauern verschanden So, mit Soll ich mit zwei mit, Felix? Negativ, ihr bleibt da Er guckt, dass ihr die weiter von da aus Und den Beschluss nimmt Sie sind unten an den Mauern sind sie Direkt hinter den großen Mauern Ja Ja Ah, ja, ja, ja Okay, mal an die Mauer fahren Das sind Verbündete, ne? Ah, das sind Verbündete Ja, ja, schieß, schieß, schieß Ah, ja, ich seh's Haben wir, haben wir Ja, sehr schön Äh, Nahbereich Norden Nahbereich, 19 Grad bei uns Direkt fort mal Guckt mal Richtung Norden aus Direkt Richtung Norden Ausgeschalt im G-Schüsse Ausgeschalt im G-Schüsse Ausgeschalt im G-Schüsse Es sind noch mehrere, es sind mehrere Ja, der eine hat sich wieder verstanden Direkt hinter dem Gebäude Check Sichtkontakt auf 59 Grad, eine Person Gürn wir es mal Äh, es ist quasi fest, äh, Fahrzeug mit M-G Ja, gesehen Ganz hinten in der Stadt, oder? Yes Ich kümmere euch jetzt um den Nahkontakt erstmal Hab den Schützen vom Fahrzeug rausgeschossen Sehr schön, der will immer mal immer wieder welche Einstrengung ist Beschäftigten Wenn möglich, einfach die Reifen vom Fahrzeug zerschießen Hinter der Hauswand, wo ich vorhin nicht hab, sind wieder zwei Tangos Weitere Kontakte Auf 24 Grad Genau Der ist weggeploppt Ja, müssten tot sein, wir müssen gucken, dass wir langsam vorrücken Ja, das sind alle Geht's alle in Ordnung? Keiner verletzt? Check, alles in Ordnung Wow Bei mir sind Schüsse ganz viele eingeschlagen M-G schätzungsweise Ich hab Browner auf etwa 75 Müsste ein Fahrzeug vielleicht sogar sein Check Fahrzeugkontakt auf 35 Check Ah, sie ist, ja Ah, sie ist, ja Kann ihn nicht treffen Ja, kann er auch nicht treffen Er fährt weg Check Der Waffe reicht gar nicht so weit Alpha, bravo, kommen Hier, Alpha, hört, komm Hier, bravo, wir stehen unter schweren Feinkontakt Wir haben auch Kontakt zu Fahrzeugen Passen Sie erst auf in der Stadt, kommen Hier, Alpha, hat verstanden, äh, wie ist Ihre aktuelle Lage, komm Hier, bravo, ähm, wir werden hier unsere Position markieren auf der Karte Wir haben uns viele Feinkontakte, haben aber guten Überblick Wir bleiben erst auf unserer Position, weil die Teams herkommen So, wie die hier gut ausschauen können, kommen Hier, Alpha, haben verstanden, die Rücken weiter vor, um Ihnen bestimmt die Last von den Schultern zu nehmen Werden danach Nord, äh, ein Rücken Richtung Moschee kommen Hier, bravo, ich hab mich gesehen, wir haben auch keine Möglichkeit im Fahrzeug aktuell, das ist zu gefährlich, komm Alles klar, hier, Alpha hat verstanden Melden Sie sich, wenn Sie weitere Informationen haben Am Baum, vorne, vorne am 35 Schütze ist runtergeschossen, wir können schnell abziehen Kontakt nördlich, äh, im westlichen Bereich der Stadt Jo Schmidt, hier, Jäger, bitte komm Ja Hier, ähm, Jäger, hab keine Munition mehr für meine primäre Waffe Alles klar, was haben Sie? Ich hab Munition, möglicherweise Ja F2000 Ich hab ein Magazin dafür dabei Wo sind Sie? Ähm, ich bin auf dem markierten Haus, wo Sunny steht Woll ich rüberlaufen? Äh, ja Ähm, MacMiller, markier mal unsere Position von Bravo an sich Ja, verstanden Mit dem schönen, ähm, gewissen Icon Ja, wie Alpha das gemacht hat Sniper in, äh, nördliche Richtung Ja, ich hab, ähm, nur fünf Magazine, die folgen und, äh, wett die ganz drüber gefangen sind Markiert Mach mal Glück mal zusammen Ach, geht ja so Packt alle eure Magazine, äh, zusammen, falls, äh, ihr grad Zeit habt Ein AT-Schutzung ausgeschaltet Ja Äh, hinten in der Stadt kommt ein Transporter angefahren Check Richtung, äh, Alpha Gebe ich weiter Welche Himmelsrichtung? Äh, Zemek von Norden Richtung Osten Hier, bravo bei euch Das Alpha nähert sich ein Zemek, äh, von Norden Richtung Osten Also, ihr aufpassen, kommen Hier, Alpha hat verstanden Alpha, Ende Feind auf 35 In der Stadt Ja, dann am besten schießt du nicht mehr Wie viel Magazin hattest du statt, erscheinemäßig denn dabei? Ich hatte 23 dabei Watt, wie hast du geschossen bitte? Ja, ich hab, ich hab 52 Kilo, ich bin nicht so genau Wissen wie ich am Atmen bin? Hättest du, hättest du deine Waffe drauflegen müssen oder so? Achtung, ich komm rein Kann ich nicht Felix? Ja Ja Gebe de In meinem Rucksack ist noch ein bisschen was an Muni drin Ja, ich nehm gerade, ich baue eigentlich nichts, aber ich nehm was mit Ich kann's auch nicht, ich hab ein Spieger für 25 Kilo, ne? Also, geile, ich hab heute wirklich einen Feind mit der Pistole getroffen Gut, dann guckst du, egal dass du ein bisschen Munition sparst Mülloffendistanz Du triffst einmal und dann die nächsten drei Schüsse sind unpräzise Pistole kannst du vier Schüsse, die präzise sind abgeben Gut, jetzt wieder, äh, wieder auf den Einsatzbereich, sie konzentrieren Hier, Brauert, komm hin Ich geh wieder raus In der Stadt Hier, Alpha, äh, wir bräuchten einen Sanitäter auf unserer Position, die wir gleich markieren würden Wäre das möglich, komm Hier, Brauert, wir schicken einen gelben Sanitäter, die mag hier zur Position kommen Ja, Alpha hat verstanden, äh, wird gleich durchgegeben, kurz stand by Da geh ich immer mit Äh, ja, wie gesagt, wir gehen alle wahrscheinlich rüber Ähm, um die zu unterstützen, dass wir ja keinen verlieren Ähm, verarzten die kurz, die braucht nämlich einen Medic drüben und dann gehen wir da weiter Hier, Alpha, Position markiert, komm Hier, Brauert, sollen wir zu Punkt Alpha... Hier, Brauert, sollen wir zu Punkt Alpha kommen? Fragezeichen, kommen Hier, Brauert, soll wir zu Punkt Alpha kommen? Hier, Alpha, positiv, komm Hier, Brauert, verstanden, Ende Okay Äh, Kontakt Richtung Nordosten Äh, auf 225 Grad Liegend Ja, okay, passt Das ist so ein zweiter, das sehe ich noch nicht ein Gut, wir machen uns bereit, wir müssen nämlich zu Punkt Alpha vorrücken Alle mal, ähm, nach hinten weg Auch Richtung Ociden weg Ähm, wir treffen uns hinten an den Gebäuden Mehrere Kontakte auf 7, 4, also 74 4, also 75 Ganz, ganz östlich Das ist Feinde, äh, Verbündete sind, ne? Das sind Verbündete Ja, das sind die Verbündeten, aufpassen Okay, dann müssen wir dahin jetzt Wir müssen genau dahin zu gehen, rüber Wir gehen aber wieder im Schatten des Berges Nutzen wir die Chance Weg hier, weg hier, weg hier Oh, der Positionsweg schadet mal nicht Wir folgen Zum Beispiel, ich kann nicht so schnell laufen Okay Tja, und damit ist auch wieder dieser Part rum Und ich habe, hat euch einfach gefallen Und die nächste Tage wird einfach der nächste Part kommen Und mal schauen, wie viele Parts noch kommen Es werden, glaube ich, bestimmt noch drei Parts oder so Insgesamt Äh, das ist doch einige, äh, eine ziemlich lange Mission gewesen Äh, die gehen jetzt zweieinhalb Stunden oder so Oder drei Stunden haben wir auf irgendeinem Fall gezockt Ich glaube, drei Stunden hat das auf jeden Fall Und ja, wie gesagt, wenn es euch doch gefallen Lasst euch gerne da oben da unten ein Abo Würde ich mich sehr freuen Und wenn es euch natürlich auch nicht gefallen hat können Und wenn es euch natürlich auch nicht gefallen hat können Einen Dislike dazu, äh, da lassen und schreibt gerne dazu Was euch nicht gefallen hat Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal Bis dann Ciao Ciao Ciao